Ahoi Gaunas! Am 25.03. startet der Coup! Gaunas, überall in den Läden erhältlich. Ja man, ich habe hier die Tresorbox schon vorher bekommen. Ihr kriegt jetzt ein kleines Unboxing, sind nur noch wenige erhältlich. Online bei Saturn und Media Markt, also abchecken! Ja man, mal sehen was da drin ist. Alles, wir sehen. Erstmal superschönes Design. Muss ich hier aufdrehen. Warte, gut, gut! T-Shirt! Ein Scratch-Schrift. Wir haben ja ein Tütchen. Ratzluckstütchen. Aufnäherst, also kannst du hier abmachen. Irgendwo drauf nähen oder kleben oder bügeln. Wie auch immer, wie du das machen willst. Ja, hier ein Download-Gutschein für die A Cappellas. Ein Sticker. Autogrammkarte. Mit echten Autogramm. Ich kann es bezeugen. Und zur Überraschung. Brrrr! Lyric Booklet. Das heißt, ihr kriegt 10 Texte exklusiv, nur in der Tresorbox. Alle. Damit ihr auch nichts falsch hier... So bei Genius und so. Manchmal stehen da Textzeilen ziemlich falsch drin. Also hier steht alles richtig. Lyric Booklet. Das Album. Zum ersten Mal in der Hand. Gauner. Oh man. Check das mal ab. Huh. Sag mal Model. Ey, ey. Fingerabdrücke. Ja man. Weiter geht's. Exklusive Tresor EP. Check das ab. Fünf exklusive Tracks drauf. Richtig geil. Da haben wir. Instrumentals. Und kommen wir zu dem Poster. Huh. Pachanga. Und... Ey. Ja man. Und an alle Vorbesteller. Ist ja Karfreitag, wenn das Ding rauskommt. Ihr kriegt's vielleicht schon vorher. Am 24. Also vorbestellen übers Netz. Oder am 26. Dann Samstag direkt in die Läden gehen. Und euch das Ding holen. Ja man. Gauner. 2016. Rattus Locus. Ja man.